Dort bürg die 5 Läufspräcken, geschreven von Gary Chapman. Kapitel 12 Der Anlaufbohrer der Läufe Dort wie ein Stromer Sinn und am September. Meine frühen Ehr gingen durch der Rinalda Gardens und wir erjärzten uns und erplanten, wo der Wühlen Hahn geplant worden vom Römer Welt. Wir würden kurz bei den Rose Garden vorbei, was ich an sah, eine frühe, wo zwei Wege ehr herren von Kante kommen, verruht geben. Sie keckte rauf, nur den steinernen Foutstich, wo sie boven ging, und dort sah sie, sie wird deubeln gedauern. Dann verschraubt sie sich, ob er sie keckt ab und sie fremdelt. Ich stelle da fährt, um meine frühe, Caroline, in wie verthalten im Bett. Und dann, ohne dort sie mit Worten nähen leer, fragte sie mich ein von der duibste Freuen, wor ich jemals geheilt habe. Dr. Chapman, ist dort mehrlich, wem zu leuen, wem du hosend ist? Ich wüsst, die Freuen kann, die duibere Weidell, in und da muss ich überdenken, über die Old Wirt. Ich wüsst, ob dort, ich würde die nächste Weg, wahrer sein, wenn sie Handchen verruht geben, so ich seht. Anne, das ist so eine frühe, wo ich gut überdenken muss. Wird wie kein nächste Weg, du überreden? Aber wie dort geht, in Caroline und Eck gingen wieder, wobei Anne ihre frühe, die ging nicht weg. Loh da, als wir am wachen hüß füllen, dann reden Caroline und Eck davon. Wir kieken treu am Anfang, als wir selbst befriedet werden, und wir dachten, etwa die gefeilen, was wir haben von Haus. An der verdammende Wir, von einer nach den anderen, dort geeft Weidell, und die Weidell hänger an, kam Euer. Den Euer bänenhälen, geeft Haus. Was wird die Unterschiede für uns? Wir wüssten Bär, dass dort wühne Wohl zum Leben. Wir sagen dort, dort wollen wir wieder hängeran gehen, dass wir daiden, mit Manderen und verdorben, dann wird wir unsere Euregons verdorben. Dort geht es, wir denken, dort ungefähr über ein Jahr tät, hat wir gelehrt, von unseren Verschädenheiten zu reden, ohne den nächsten Dolran, in wo wir können Entschädungen merken, ohne dass wir unsere Einigkeit würden verdorben. In wir Lieden, wo wir können Verschlauch geben, ohne dort wie Manderen teilen, in etwa dem Lied wie uns, einer den anderen, seine erste Leifsprache reden. Ein Teil von dieser Dinge sind eine andere Buch geschrieben, dort heißt, Toward a Growing Marriage, Moody Press. An der Wohl zum Leben, da mögen wir, man negative Gefallen, einer zu den nächsten. Aus wie Anfangen einer, den uns in seiner Leifsprache reden, dann deuten die negative Gefallen von eurer Einhaus, sich dohlen. Uns Verhältnis, wie anders aus einer Erde. Caroline und ich werden Bad Obten lernen, in Walsen. Ich wüsste, dort ein Ermann wir nicht. Sie hat mir die Fähigkeit gesagt, dort sei Horam gebraucht, dort Herr Obwut verruht geben wollen. Sie hat gebraucht, dort Herr Wundwens im Büro gelesen, oder nun eine Botschaft heilen, ohne einheit. All ihre Anstrengung, zum Walsen, sieht er auf. Dann soll es sein sehen, wir sehen in der Sendung, ich habe keine Probleme, du bist da, was Probleme hat. Und seine Gedanken, wir heilen, und so wie Arach, dort wird gerade so einfach gestört. Er ist die Fähigkeit, von Leif verahmen, die werden gestorben, über die Jürgen, mit seinen Eintracht kritisieren, und verdäumen. Nur 10 Jahre von Befried sind, dann wird ihre emotionale Kraft, ganz ladig geworden, lege kommen, und er selbst wird, wie meist ganz verdäumen. Wird er noch hoffentlich verahnen, ihre Eiche? Ich wüsste dort ein, wie eine sehr religiöse Person, in sein vereinträchtig, zu tun. Ich stelle mich fair, dort vielleicht ihre einzige Hütung für ihre Eiche, die wir an ihr glauben. Den nächsten Tag, als ich an andacht, dann fange ich an, in Lukas, zu lesen, von das Leben von Christus. Ich habe mich immer Lukas seine Beschreibungen bewundert, wenn heute ein Doktor wird Achtung geif, ob die Umständlichkeit, und in der ersten Jahrhundert beschreift er dort so eine Kraft von Jesus von Nazareth, seinen Lebstahl, und auch seine Belehrung. Wird viele Wunden angezeigt, wie Jesus seine Graz, der Bautschaft, du lest, wie Jesus diese Wird, was Acht wird sagen, wie er Leib ergratzt der Drief. Aber Acht seien die Jund, du mir hören, wie es Leib die Junde fiend, und die Gäude der Jund nicht leiden kann, sehen die die Jund fliegen, und bet für die die Jund belegen. Die Gero dort für andere, was die Anwunden wünschen für Jund zu tun. Wird heil für ein Dank dafür, wann die Leib für die Gäude sind, wie es die Sender sind, und die Gäude wird angeht sind. Ich falls so, dass das drief, was 2000 Jahre geschrieben wird, dort wird die Leidung sein, nur was ein sagt. Aber wo sie dort tun nicht haben? Kann irgendwer dort tun? Wie dort mell in Partner leiben, was da wird empfinde geworden? Als dort mell ich wem leiben, wer die geflucht hat, maß handelt hat, und gesagt hat, was von er gefallen hat, von Verachtung im Haus verdient, und wann sie können, würden ein Trick tun sein? Wird er Mann jemals anderen ein anfangen leif zu wiesen für er? Ich wundert mich noch wieder über das Wort, was ich lese von Jesus seiner Botschaft. Gevt, und wird eine Goudemot doel gedreht, top geserrt, in ewig Fall an der Schaut gejevt worden, weil es mit dem Mut der Jif ver andere brücken, wird auch teuge meten worden. Könnt das meelich sein, dass das hebräische Prinzip von der anleifbare Person leiven wirklich schaffen eine Ehe wird so weit weg wie aus Ehe erde? Ich entscheide eine Prove zu tun. Ich würde so nehmen, dass wann Ann wird dann er man seine erste Leif Sprache lernen und auf eine Zeit reden, wenn seine emotionale Bedürfnis für Leif wird getroffen worden, dann würde sie auch anfangen ihre Leif zu bewiesen. Ich wundere, wie das schaffe? Der nächste Weg traf Ann und habe noch wahrer , dass sie mir vertelt von all die schlechte Dinge habe. Als sie vor ich habe davon reden, dann fragte die Frau noch einmal, was sie gefragt hat an Reynolder Gardens. Dertmal sah sie dort so haben, dass sie dort bloß seht. Dr. Chapman, ich weiß bloß nicht, dass ich kann am nach wahrer Leifen nur dort, wo ich mir rungen habe. Hast du mit deiner Freund über dit verhält gerät? Früge ich? Mit zwei von meiner Noster Freund, sieht sie, in ein kleines Bede mit anderen Menschen. Und was sehen du das tun? Verlade an, sieht sie. Die sahen mich alle ich soll am verlaten. Er wird niemals andere. Und wenn ich dort bleibe, dann darf ich der Weide bloß noch über Dr. Chapman Ich kann mich bloß nicht dort bringen, dass ich dort wird tun. Vielleicht soll aber ich kann bloß nicht glauben, dass dort das reichte Ding ist zu tun. Mir fällt sich so, du bist getroffen zwischen den religiösen Glauben, wo die sagt, dass es auch sein, wenn du wirst dir er verleten, und deine emotionale Weide auch, dass die sagt, wenn du wirst verleten, dort ist der einzige Weich wo du leben bleibe. Seh weg. Das kreik tun soll. Ich habe das Säure, was du durchgehst, Siddach. Du bist ein Säureschrores Verhältnis. Ich wünsche, ich könnte dir eine einfache Antwort geben, aber ich kann. Wer von deinen Dingen, was du erzählt hast, du blieb oder verlotten, dort wird das Säure Leich Mählich in Dall bei ihr bringen. Für die Entscheidung mehr hat, ich noch einige da. Ich sehe mich nicht sehe aus das Wort Schor finde, ob ich lege wenn du das versiegen wirst. Ich weiß von dem was du mir gesagt hast, dass dein religiöse Glauben ist wichtig für dich und dass du hast ein teurer Sprach für Jesus Säure Lied. Seid doch mit dem Kopf. Und ich rede wieder. Ich will haben du so was lesen was Jesus muss sehen und ich glaube dort habe kreik mit dienen er te tun. Ich lees ganz zacht und klar. Aber ich zei die Jund die mir hier wie ist leid die Jund fien und dort die Goud hat die Jund nicht lieben kann. Seid die die Jund fliegen und weid für die die Jund belegen. Dort dro dort für andere wat die anwürden wenschen für Jund te tun. Wod hy hier verundangt do ver want die leid ver die hand die jund goud sind wils die zinde sind auch die geld wat aangoud sind. Heet sich die dort noch die man? Haf hy die als ein vriend behandelt tolle als ein vriend? Vroeg ich. Zeid auch mit er kap ja. Haf hy die jy moest geflucht? Vroeg ich. Vele moe. Haft hy die jemals meishandelt? Veel moe. En haft hy die je sagt dat hy die hoest? Jo. Ein Wann du waelig best dan wud ek leichen wat te proben. Ek wud leichen te sein wud passieren van wie dit prinzip in diene uge wud brocken. Lop mi die erklären wud ek mein. Ek kink wieder in vertald an von en emotionaler tank en dot van de tank so ladig es aus erda dan hab ich nicht gefeulen gen ons partner ober wie feulen bloß ladig en wud dir. In wein leut so däupig emotionaler Bedarfnis es von not du nicht es dann ist dot seuerlich mehlig on se däupste emotionale wud dir. Ek se ta are von wie kun un under und liern die erste leuf sprecher reden dan wo die emotionale Bedarfnis gefeilt seien in positive gefeilen kun war akun. Merk di dat sen fruch ek dr man wud lech nis nis van dit zan passiet vi kan nis tre goon an serek alles wat we kan doen als versieken de to künft anders te merken ek wud lech in färte schlun tot du wusch versas monat wot prouven ek wot irgent wot prouven zerek ek lecht ea positiva jäst uber ek wu mi nis sacher os ei verstaun künn wul schwa dit wud zan waw anfang met abschriven wot dat ziel es zerek wan ansas monat du wusch ten dien graz der wunsch haun wot wud zan an sot en angedanken zetze ek wud glachin te zain dot glen mi leuven doit dot hoi vara wud mi dap wisen met mi tup zan ek wud glachin zain dot bi wud dinge tup doun vi wud tup wuh hand farn ek wud glachin te fail dot am intereseerot wat ek doit ek wud glachin te zain dot bi wud vertalen wan ek glachin te feilen dot am vir minig doun ok biet ek glachin te zain dot bi wud tup nerees märten in ons vud tup schoing wun ek glachin te walten dot hoi der in onze oe maja aus orien sas wot en bi en best je stahl en an reet se vida en vamin pot ek glachin en womit positivet ge feil han te am ek wud leikin varen respektham fa am ek wud leikin beruf te zain met am ny grots ha ek kjönt van do ge feil ek schreif os an reet os se vor ik ho dan les ek oe dot a blödes ver wat se sacht ho dot hit ik nu en grote ziel se ober es dort berglig wat du dr chapman zid an ober meia os orian sas wat dots vor ek wud leikin te zain dan wer ons top stoon en dit zid ek en dit wat an ziel zain en sas monat wel wie zain dot du en glän han zain leip verholtnis os dit nu lop mi di noch wat versloon de ursak van desse prove dot wud zain proven en zain os dott werklik schoft vi wälln ans verstalen dott vond du buch tjern glän zain ish de leip sprej eind reich tig reden vers sas monat dott an doi tiet wud zain emotionale bedörfnis ver leip getroffen zain en zain emotionale tank wud fall gemerkt vorn en dan wud hoi anfangen die leip te bevisen dit wat vi prouwen wällen as ab däige däige büt dott van de emotionale bedörfnis verleip ons dypste emotionale bedörfnis as en van däut bedörfnis getroffen wot dan woi positiv treg tolen no däi person wot ons de leip ja en ek red vida du kast verston dott dit saad alles an dine heng glän fysiek nich on däse ae te schofen däis dit zägt dott wann du all dine kraft ab reichte sted was handeln en reichte län dan as du ne gode län het dott med tiet wat län ook on pang tregt te tolen ek leser dat andere poort van jesus sine boutschaft wat luk de dokter abgeschreven haf je eft en djunt wort eine gode mod dold gedragt top gesherrat in ewa fall en des out gejeft woren wils met die mod de jif ver andre brocken wat djunt ugt tau gemeten woren so as ek tot verstohen koon sacht jesus hier in prinsip nich in wacht tem andre menschen hont hier glick der gerät van wie leift tolic sain to menschen dan woende ook leift tolic sain jen ans do meint nich dot wie ken ne persoon leift tolic merken van wie te doi leift tolic sain wie sain onze ene menschen wie ken van saals den do wén wie ken leif aufschuven en do van wacht goon en wie ken marag am gesag van leif nens spiel du hast keine garantie dort leant wort ab diene doden van leif ontwuden wie ken bloos sain du as ne gode mehlig ket at he woat ein rotgever kon niemots verrückt sain wo de mensch wort hondlen ab de den on de den bo se no gesag han en studiet wo menschen sain kon en rotgever bloos sain wort mehlig as wo de person wat dono ontwuden nu dat bi ons eign wiren endet sain ek te an nu waw van reden wat diene en glenn sain eerste leif spreken sain ek stahl meh fahr van dort wat du mi ol gesag hast dort wiet falle tit dort as diene eerste leif spreng wot leifst du ek lewio dr chapman de eirste deal os vi taub viren en wan vi dan taub viren en glenn nu mi har hicht dan wie vi ugg lang stunden taub en vi vertal den wie doden ding taub ek feult mi werkl je leift dola os orjent sass wat vans c dort port van onza eirhe vud treko wan vi taub sain dan falle x so he ja vod drum an don dan falle ik zos van geshaft en andere ding wikja zain os ons verhoutnis en wat leifst du as glenn zine is de leif sprak vroeg ek ek leif dot as fysische on schir en besonder dot geschlagsverkeer an ee ek weit dot os ek me dola je leif feilt van am en vi may geschlagsverkeer hodden dan hor hy as sin is leif sprak dr chapman beklecht he ik nog mol eva so stüte am reden des no he sa ek do am am schau he sa do ek un stadt am ne en do ek si ama jen sin gedaeil dan ver on ne zerek dot fysische on schiren as sin is de leif sprak en besteh gende viet as sin tweede leif sprak de ursak bo wennek de tweede versloon do as dat van he zich bekleu en dat eva negatieve viet sa e leif meelig wud een positieve viet am feel meun nu lop mi noch een plan versloon tem dit proven wanne du nu hüs fars dan sa te glan ek ha eva ans gedacht en ek ha mi entsched dat ek wud leik ne betre fru te zan te di so wanne du eens een versloak has wat ek kan doen tem ne betre fru zan dan bela kan dus os weet ek si up du fèr du kast me dat nu zan oder du kast du eva den in me dat lot zan wat du denk ube ak wud verklig leik on schofen on betre fru zan wat ama zan ontwut wat zan negativ arra positiv neem dat blouse an os information dat wat du am dat is te zan dat lat an waten dat do wat wat an rik kum jen verhoutnis wat anders zan en dan ab dat du versloon dat zan zan is de leif spreak as fys an schir en act versloon dat zan ne tweede leif spreak as fys besteden de weird zan dine achtung ab dat 2 ding voor een monat wan glenn trekkamp met een versloak wat du wush ten don tem ne betre fru zan neem do information en dat an din plo ne check voor positiva ding en glenn sin leven en and do arm met weird besteden ab do ding en an disse tit hier du goons ab met die bekleon wan du was die even ding bekleon dan schrie du do an din bürk en uste dat du eens wat te glenn saist deze monat fang on maia din onfang merken en physisch on schier en ook en geschlags verkeer eva roos am do mat dat du de on fang merks en nich bloos mat merken des an hoi an fang sa het ziel dat je wo een once einmal de weg des eerste twee weg geschlags verkeer han en dan de nëchste twee weg wo je tweemal de weg han hod mi gesaacht dat zoi en glenn hod bloos eind er twee mol an de laatste saas monat geschlags verkeer gehad ag stahl mi sofer des plan die wud zoi boosig in anfang kregen oh dr chapman dit wot zoi schwa saan zed han mi has zoi schwa ment merken am geschlags verkeer wan hoi mi am auf schuven dat ik ha mi dola so gefall dat hij brugt mi bloos am geschlags verkeer os dort ha mi laud hij stahl zich so ab so wan ik nus wichtig zi all de evan geteet en dan wale hij am bad en hübsen in min charpa broguen en doa ha ik en gral jeng en ec laud zoi veen wie so wenig vermischt de frües dat verlangen tum geschlags verkeer ha mat er moan doot woast wan se zich geleift fallen van den moan wan se zich geleift fallen dan as dat verlangen door f geschlags verkeer wan se zich nicht geleift fallen dan feilen se 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 leicht gebrugt am geschlags verkeer doot wo ween dat zo schwo as wem leuven wer di nicht leuft dat geet gans jen wo wir ons feilen du wurscht die vol se jermaten gans verlooten ab dien geluven an god tum dat don vleech wot di dat halpen wan ik nach vara in jesus sine botschaft lees van de fiend leuven en doi leuven wot die hosen en doi leuven wot die brocken en dan feo god tim di halpen jesus sine leu on te wand a koon soin dot an horch no bote exeet er kopp do god gans natjes in ere u en sed mi dot zah ho na doi freo uba doktor chapman as doot nich hechlich en geschlags vikir leu widerregen won du so ne negative ge fallen has ge in der person vleech wud ons doth houben wun wun nu den ungescheid checkten twaschen leib os un gefeil en leib os ne doot sedak wun du seist dat du gefeil has wat du nech has doth as hechlich in so ne orrechte unger hollung as nech der wach tem un god d verhout nis bue ober wun du an doot van leib widderjevende is wat gemerkt as vre nechsten person sin god en sin fred dan es dat ne wo du seist nicht dat doth denk wat du des dat dat wawst van deib emotional verbunden san du des bloos die wehlen wat her dan for sin god er glaub dat as wat jesus meint sacherlich hab i nicht warmige feilen van menschen wat ons hausen dat wud nich normal san ober wie kan leibliche ding down fred doi dat as ne wo wie hopen dat die leibliche ding wat be down dat dat wat positiv san ab erige san en wose sig abstalen en wose ans behandel ober wie han weinst die wel wat positive te down vere ver nu grutz wie ant fred met meine antwut ag feil mi so dat we wudden noch vader duff am reden en ag feil mi ook so tum deze proff anfangen dat wud an er dup geluven en gart brocken nu de eerste monat se rake wale kan du saust glenn freon wo du des brok dine ene vier en en freu am glenn du waits en to weg trigg dan se rake titty dat wul glenn zegt neem dat an os information vlèch wot he spätisch san en vlèch wot he di auffordjen arra he wot feindlich san jen di en vlèch wot he positiv san wot am a zine antwoord as do nich du jen striden uber neem dat an en zai am dat du bas ihen stö met en dat du was wak lich ne betre fru san en won hoi noch wera wot fjert schlun haf du bas up du fjert blief bim dit dan en freu am eimel de monat woh he gløyf dat du des vr de gonse saas monat won emma glenn dit jes mal positiv wat treg saig di won emma he saig wot eit eit ma tou ston oba eit møt eifach tou ston dat dinge san anders dan wot du dat dine anstrengung bekjem darch nu emosional flach wot hei di positiv wat treg saig nu de eerste monat en flach wot at nu de tweede ar de drede san ene veik nu dem wot hei dit eit irste mol positiv wat treg saig dan wot kan du wort wat med dine ishtel lauf spreak te don haf tem bish du kås ein oven te am saig glän voits du wat ag wot lehchen te don voits du noch wo vi top game spielden ag wot lehchen dan rach su uvis met die top game spiel de ching au warren bi mary san plass du dat wuit schofen freil nu wort bestemdet nich bloos eva all sei nich du wuitz ag wansch wie wud in me at t top san dots tau breit wo wurs du wuit wun he dot gedun haf ube wun du nu wort bestemdet fragst dam wot hoi krag wuit wot du wass en du wurs wuit dat wun he dot dat dan wailt he sig wot te doon verdien goud vreo am jira monat nu ein bestemdet denk wun he dot dat goud wun he dot nicht dat ook goud wun wun he dot dat dan wuit du dat hoi antwoord nu dine bedarfnissen en an die tiet kost du am leren wun di ne erste leif spraak as wun die vreo nu wat du am fragst dat haf mit din eis de leif spraak te doon wun he seg wilt di an din leif spraak te leifen dan wun dine positiven gefall jen arm anfang trete koum din emotional tank wat anfang falter wun na zirek te ar dott wot ne saia grote anstrengung brocken oba ag leip dat es wird dat versi ag si interessiert ten os disse pro wot schaafen en is dat waar het as wat wie geloven ag wud leichen eindrachtig met dit opkomen durch deze tid vlecht alle twee werk en ag wud leichen wun du wurs de positive bestehende word abschriven wat du hier werk glan javs en ag wud leichen wun du mi wurs de list breng e wud ding wud die beklewen wurs wälen wat du in dien biog has abgeschreven on dat du hast te glan d van gered vlecht kon ek di halten dat abschriven os ne freu on glan wat die wurt halten diene vertweifelungen los te war ek wud leichen wun du met de tid die wurs leren diene vertweifel lungen en ding wat di borrat die op gauder waag te glan van reden en dat die woorden tjern do derg arbeiden durch die ding ober disse saas monat dan wo ek leichen wund du opleus wurs abschriven on te glan d van reden en vo ne huis en ek luif dat zy hod de antwoord te er freu as tot meelich wem luiven wem du hos des en de nächste saas hohe arbe hondelt de eerste monat dan dat her a a fadjen en hohe leib dat wien as ober de tweede monat dan jaf he a o positiva viet treng van wo se sig on streng de en de latste feier monat dan ontwud he a o positiva op de mischne van ere freu en ere gefall van arm de and soja glan neemals verruet geëven ober he horcht nu wat van de baut schaft en he rede even met ant he sprook ant motou dat zij soll wieder komen ook verruet geëven en ze do dat voor nog einmal 3 monat wat van der oschen dag zag glan noch te zine vriend dat ik sie einer wat wonder dat ik weet en met woor het dat leib as dat wat wonder dat vlecht veelt die een wonder aan diene en ee wieso wust du niet dat versieken wat ande zei te dien partner dat du has even gedacht over jene ee en du hast die entsched dat du was beter doen met zine bederfnisse trafen vreel nu verslag wat die kost doen tem beter wooren wat he sagt dat wat die spure zijn te zine is de leif spraak wanne hij kein verslag haf dan rood wat zine leif spraak as dono iwa ding iwa wat hij zich beklecht haf iwa de joren en dan versas monat saat diene achtung op de leif spraak op en van jera monat frau dien partner wod du des en ook is hoi nach onder ding haf fertig schoon wanne amma dien partner die weiten laat dat hij zet dat wat goud het reken dat het beter wordt dan wacht een weg en een frau nu een bestemde ding dat na wat die frau en dat zullen ding zijn wat du wacht lich wush wel haf wat hij zel doen wanne hij dat dan weet du dat hij antwoord op dine bederfnissen wanne hij warte de nechste monat die positieve antwoorden wanne din partner onfankt dien leibspraak te reden door met dat dat wat du fragst dan wanne die positieve gefall in trinkom en met de tid wat dien ehe vare fras geboren word ik kan ik garantie jvend dat wat beser oba veel menschen met weim ik gered haf die han dat wundervan leib belee belee belee